Musik Eric Sardinas wird zum vierten Mal bei den Roder Blues Tagen auftreten. Erich, es ist die vierte Mal, dass du hier bei den Roder performierst. Ich glaube, dass niemand mehr oft performt. Welche Erinnerungen hast du über den Roder? Es ist immer eine gute Erfahrung. Es ist ein wirkliches Glück, dass ich hier wieder zurück bin. Es ist so eine gute Familie hier, eine gute Gefühl. Für mich und für die Musik ist es immer eine gute Nacht. Es ist eine gute Energie und gute Menschen. Du hast eine besondere Erinnerung, eine besondere Erfahrung von den Rodern zu sein. Oh, ja. Ja, Dinge passieren. Wenn du all die lustige Erfahrungen hast, das auf der Straße passiert. Das ist eine von ihnen. Oder du wirst nach außen und die Tür drückt hinter dir. Und du bist nach außen für eine Stunde. Aber, ja. Das hat zu unserem Bass-Spieler in einem anderen Club passiert. Das passiert. Es war einfach ein lustiger Moment. Erich, eine von deinen Visuellen und auch Acoustik-Signen ist die Rassonator-Guitar. Es gibt dir einen besonderen Sound. Was war die attraktive Sache, dieses Instrument zu spielen? Was war die Rassonator-Guitar? Ja, meine Verbindung mit der Akustik-Signen der Tradition-Guitar und der Musik mit der Akustik-Signen war. Und ich glaube, ich benutze die Akustik-Signen der Rassonator-Guitar. Aber mein Sound begann mit mir ein bisschen. Ich habe mich über die Tradition und ich behaupte das Tradition, aber ich möchte es auch ein bisschen außerhalb des Elementen, so es ist meine eigene Voice, mit dem Respekt, den ich für die Acoustic Blues habe. Du hast deine Liebe für den traditionellen Blues erwähnt, aber du hast die Blues in eine kontemporische Kontext. Du bringst in viele andere Elemente an Sticks & Stones, in der letzten Album, besonders viel Rock & Roll. Ich denke, wenn du ein Blues purist, das ist nicht nur eine Blüse-Album, aber die Weise ich die Blüse und die Weise ich projekte, in den Blüse, ist mein eigenes Bezug auf die Blüse. Ich möchte zeigen, wo ich komme, und wo meine Energie flexes von, von der sehr einfachste, akustische Seite der Blüse, die Blüse, kaltische Blüse, Texas Blüse, Delta Blüse. Du findest dich in diesem Bereich, ob ich auf die akustische Seite oder die elektrische Seite gehe. Aber ich möchte, alle meine Inspirations und sie zusammenziehen. Eine Inspiration wäre Elvis Presley. Ist das wahr, dass er der erste Konzert war? Ja, Elvis war mein erstes Konzert. Ich war sechs Jahre alt. Und nachher, welche Erinnerungen hast du von dieser Show? Es war ein langer Zeit, und ist da etwas Besonderes, das mit dir stuckt? Ich erinnere mich das ganze Show. Ich erinnere mich, wie es gestern war. Ich erinnere mich ein gutes Erinnerung. Aber das Show war einfach ein tolles Konzert. Für ein junger Junge, der wirklich liebte Musik, und war immer wieder auf Musik, zu sehen, ein Konzert wie das, ist wie sehen, die Real Deal, wenn du die Blüse betrachten. Wenn du B.B. King oder Stavey Ray, live, oder Rory Gallagher, wenn du diese Musiker spielst, das ist ein Impact auf dich. Das ist eine sehr besondere Erinnerung. Es scheint, eine besondere Verbindung zwischen Erich Zerdinus und Deutschland zu sein. Du hast hier viel gespielt, Touring viel in Deutschland. Ja, das ist wahr. Ich habe den Privileg, zu sein, zu spielen, in Deutschland, für viele, viele Jahre. Und wo wir nicht genug bekommen haben, es ist immer ein Freude, zurückzukommen. Und jederzeit, wir versuchen, zurückzukommen, so schnell wie möglich. Amour ist hier. Das sendt euch mal ein bisschen zu machen. Sog. und jetzt fahren wir hier pousserne Bibelnötern. Sog. Vielen Dank.